Am darauffolgenden Tag geht das Rätselraten um den heimlichen Verehrer von Sprechstundenhilfe, Brigitte Klein, in die nächste Runde. Guck mal, wir haben schon wieder ein Päckchen gekriegt. Vorige Woche hatten wir schon wieder eins. Du, ich weiß es nicht. Das ist ja toll. Meine Güte, alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe. Und eine Karte ist dabei. Ach, guck mal, ist das nicht süß? Alles Liebe. Ach, ist das süß. Ach, danke. Toll, da freuen wir uns aber, ne? Was ist das denn? Ach, guck mal, wie süß. Hallo, Ruben. Hast du die mir hierher gelegt? Dass der Ruben mir solche kleinen Geschenke macht, ich finde das so super. So ein kleiner Kerl bringt Geschenke und Blumen. Ganz toll, also ich habe mich so gefreut. Ich bring dich jetzt ins Wartezimmer wieder, ne? Wer hätte das gedacht? Ruben, der regelmäßig seine Oma zu ihren Arztbesuchen begleitet, ist mit gerade mal sechs Jahren schon ein echter Charmeur und verzaubert Sprechstundenhilfe, Brigitte Klein, komplett. Die nächste Patientin wird Dr. Bernhard Skupin vor ein medizinisches Rätsel stellen. Mareike Schroth, die von ihrem Mann Frank begleitet wird, kann aber selbst gar nichts sagen, was ihr fehlt. Womit kann ich helfen? Ja, meiner Frau, ja, jetzt die Sprache verschlagen, irgendwie. Aber es geht um ihre Frau, ne? Es geht um Mareike, also sie kann irgendwie, seit gestern kommt da kein Wort mehr raus. Es ging irgendwie vor drei, vier Tagen los und sie war ein bisschen heiser, man hat irgendwie gemerkt, die Stimme geht weg, aber sie kann irgendwie jetzt seit gestern... Ich habe mich nicht gefühlt, keine Erkältungsgeschichten. Ist auch, man muss das fragen, in letzter Zeit, keine Operation erfolgt mit einer Intubation, dass irgendwas an dem Kehlkopf rumgefummelt wurde. Nein. Gut. Ist manchmal eine bisschen schwierige Situation, das müssen wir versuchen zu klären. Erstmal muss ich ein wenig untersuchen, ob was Organisches dahinter steckt. Sie nehmen einmal bitte auf der Liegeplatz. Eine Patientin mit diesen Beschwerden, dieser Affonie, dieser völligen Verlust der Stimme, das ist schon sehr ungewöhnlich. Das kommt hier bei uns sicherlich nicht sehr häufig vor. Der Arzt kann bei seiner Patientin keine erhöhte Temperatur feststellen. Auch Mareikes Rachen ist weder gerötet noch geschwollen. Die Frage ist, kann oder will die Patientin nicht sprechen? Und räuspern Sie sich einmal. Gut. Das war zwar ein bisschen mehr Husten, aber das wollte ich auch haben. Passt. Einmal so ein bisschen trocken husten. Nochmal. Die medizinische Untersuchung bleibt zunächst ohne Befund. Dr. Skupin hat trotzdem einen Verdacht. Bei diesem Krankheitsbild muss man unterscheiden zwischen einer organischen Ursache, also dass da körperliche Dinge dabei eine Rolle spielen und als zweites kommt und gar nicht so selten psychische Ursachen infrage. Dadurch, dass sie es relativ plötzlich hatten, dadurch, dass sie keine Vorerkrankungen, kein Fieber, dass der Entzündungsrahmen keinerlei Entzündungshinweise sind, dass sie ihre Stimme beim Räuspern und beim Husten eigentlich haben, bezieht sich das nur auf die Aphonie, also auf diese Stimme, spricht doch einiges dafür, ich kann es nicht sicher sagen, aber spricht doch einiges dafür, dass da auch Stressursachen, psychologische Ursachen dahinterstecken könnten. Wir haben ja hier in der Praxis die Möglichkeit, sehr schnell Kontakt mit einer Psychotherapeutin, mit der Frau Sabine Decker aufzunehmen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt werde ich das Krankheitsbild mit ihr besprechen. Und wir versuchen schnellstmöglich von der Seite Ihnen auch zu helfen, okay? Sie warten bitte noch einen Moment im Wartezimmer, dass wir das Ganze erledigen können, okay? Kannst du jetzt mal bitte die Kopfhörer abnehmen? Was soll ich hier? Wir sitzen hier beim Arzt, hallo, das gehört sich einfach nicht. Das ist doch egal, ich bin auch kein kleines Kind mehr, jetzt lass mich doch in Ruhe. Hallo, ich mach mir so ein Kumpel, wie du aussiehst, dir steht der Schweiß hier auf der Stirn, das ist doch nicht normal. Ich mach mir halt so, Finn, wir bleiben jetzt mal unten, pack das Handy doch mal in die Tasche. Und den Rucksack kannst du auch mal abnehmen, wenn der Arzt jetzt gleich reinkommt, der will dich ja untersuchen. Das ist eigentlich so angenehm. Aber der 15-jährige Finn bleibt störrisch, dabei scheinen die Sorgen seiner Mutter durchaus berechtigt. Wie ernst es tatsächlich um den Teenager steht, ahnt auch Kinderarzt Dr. Günther Arnoldi zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Finn ist da. Ich sehe es an seiner Begeisterung. Genau, er ist gar nicht begeistert, quasi. Erstmal guten Tag. Hallo. Hallo, mein Lieber. Willst du sagen, was los ist? Nix. Finn, so wie du aussiehst, denke ich, muss man doch mal ein bisschen gucken. So ganz fit bist du definitiv nicht mit deinen Schweißperlen auf der Stirn und deiner doch deutlich sichtbaren Blässe. Ich bin sicher, dass du auch nicht unerheblich Fieber hast. Und damit wir wissen, wovon wir reden, denke ich, messen wir das einfach mal. Das Fiebermessen zeigte ja schnell eine deutlich erhöhte Körpertemperatur an, die knapp unter 40 lag, was sehr schon verdächtig ist auf eine gravierende Infektion. Wir müssten dann bei dir einmal jetzt den Blutdruck messen. Und da würde ich dich bitten, dass du deinen linken Oberarm frei machst. Gehst du es denn hier einfach? Ach, Finn, komm jetzt. Ja, warum denn? Jetzt bock doch nicht rum. Das geht doch mal nicht die ganze Zeit so durch. Ich finde, wir machen das immer auf der linken Seite, weil auf der linken Seite dein Herz sitzt. Jetzt zieh doch die Jacke aus. Und dann zieh doch mal die Jacke aus. Geht das nicht so einfach? Ja, du kannst ja erst mal so obenrum frei machen. Ich muss ja hier bis zur Elle beugen, wenn das okay ist für dich. So. Bist du denn so stur und buckig, ehrlich? Überrascht war ich dann schon bei dem Versuch, ihm Blutdruck zu messen, am linken Arm doch so ein Widerstand aufbaute. Ja, und richtig erschreckt war dann, als ich sah, was sich da plötzlich vor meinen Augen zeigte. Dr. Skopin übergibt indes seine Patientin in die Hände von Psychotherapeutin Sabine Decker. Der Allgemeinmediziner befürchtet, dass ein traumatisches Erlebnis Auslöser für Mareike Schrots verstummen ist. Die Wahrheit wird auch für den Ehemann ein Schock sein. Nehmen Sie Platz. Ja. Ja. Meine Frau Mareike kann nicht mehr sprechen. Och Mensch, das ist ja blöd. Einfach Stimme weggeblieben. Och Mann. Das ist ja fürchterlich. Und haben Sie eine Idee, was... Was ist das? Wir sind jetzt heute zum Arzt gegangen. Sie kann seit gestern nicht mehr sprechen. Ich meine, es ging in den letzten paar Tagen auch irgendwie ein bisschen mit einer rauen Stimme los. Und er hat sie durchgesteckt. Also ich habe wirklich gedacht, sie hat was im Hals. Oder jetzt sagt er irgendwie, körperlich sieht das nicht so aus. Na Gott sei Dank, ne? Es ist wenigstens körperlich alles in Ordnung. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Und sonst bei Ihnen privat ist irgendwie eine bestimmte Belastung im Raum? Also wir haben gerade gesagt, Stress. Wir haben auch schon ein bisschen, also wie ich mir gerade Gedanken gemacht habe. Ich meine, sie geht arbeiten. Sie arbeitet in der Kita mit kleinen Kindern. In der Kita mit kleinen Kindern? Klar ist das stressig, aber sie... Ja, ich meine sie. Soll rausgehen? Sie sollen rausgehen. Sicher? Ja. Hey. Vielleicht... Ich bin direkt da, hinter der Traverse ist, ne? Okay. Im ersten Moment ist natürlich erstmal da eine Welt für mich zusammengebrochen, als ich gesehen habe, wie die Tränen da auf meiner Frau rausflossen. Ich habe das nicht verstanden, was da los ist. Dann wurde ich noch rausgeschickt. Ja, da ist man natürlich erstmal ahnungslos. Herr Schroth, was ist los? Sie wissen, warum das ist. Sie haben ein Geheimnis. Sie wissen, warum Ihnen die Worte fehlen, die Stimmen. Was hat Ihnen die Sprache verschlagen? Was ist das? Ach. Was ist denn das da, Finn? Lass mich gerade mal gucken. Sag mal. Was ist denn das für ein roter Strich da? Ach, keine Ahnung. Hast du das noch nicht gemerkt? Jetzt ziehst du mal bitte deine Jacke aus. Zieh das mal aus. Am besten die Uhr gleich mit. Hier. Ach, du Schamme. Jetzt dreh den Arm bitte vernünftig. Ach, du grüne Neune. Oh, mein Gott. Was ist denn da passiert, Finn? Was hast du gemacht? Sag mal. Ist doch nicht so gut. Gott, das will. Ach, du Schamme. Ja, da haben wir ja die Erklärung. Das ist ja eine richtig satte Entzündung. Wie lange hast du denn dieses Tattoo schon da drauf? Was ist das? Sag mal, hast du dich selber tätowiert? Oder warst du bei irgendeinem Stümper, der dich tätowiert hat? Na, also gut. Egal wie. Das hier ist auf alle Fälle eine beginnende, ja, Blutvergiftung, wie man sagt. Die jetzt so weit wie schon fortgeschritten ist, durchaus relativ. Das ist nicht so schlimm. Das kann lebensbedrohlich sein. Ja, klar ist das schön. Und das erfordert auf alle Fälle eine ganz zügige Behandlung. Ansonsten bist du rapsap in der Klinik. Am Tropf und wirst du ein paar Tage verweilen müssen. Du behandelst mich immer wie ein kleines Kind. Dann haben wir uns halt im Internet so eine Tattoo-Maschine bestellt und... Ja, was? Ja. Wie, und dem hämmert ihr dann da... Ja, guck mal, wie du mich immer behandelst. Was heißt das? Als wäre ich fünf. Ich gehe hier schon zum Kinderarzt. Hallo, ich bin 15. Also okay, aber hier gibt es eigentlich keine große Diskussion, was wir hier machen müssen. Die Beginn der Blutvergiftung konnte mit einem Breitbandantibiotikum gestoppt werden. Auch das entzündete Tattoo des Zehnklässlers ist nach wenigen Wochen problemlos verheilt. Außerdem hat Finn eingesehen, dass seine Mutter für ihn nur das Beste will. Das tut mir leid für Sie. Und seitdem hat es Ihnen die Sprache verschlagen, seit Sie das wissen. Och Mensch, das tut mir so leid für Sie. Das ist blöd. Das ist wirklich eine Herausforderung, mit sowas umzugehen. Was das für Ihr Leben bedeutet, müssen Sie sich nochmal neu sortieren. Aber wissen Sie was? Dieses sich da neu sortieren und mit sowas fertig zu werden, das kann man nur gemeinsam schaffen mit Ihrem Mann. Und deswegen wäre ich wirklich dafür, dass wir Ihren Mann wieder dazu holen und mit ihm darüber sprechen. Mareike sieht ein, dass es richtig ist, Frank endlich in ihr Geheimnis einzuweihen. Trotzdem hat die 39-Jährige große Angst vor der Reaktion ihres Mannes. Ja, Ihre Frau hat mir gerade ein Geheimnis verraten, von dem ich annehme, dass es der Grund ist für Ihren Stimmverlust. Ich nehme an, Sie haben einen ausgeprägten Kinderwunsch. Sie beide wollen eine Familie gründen. Ihre Frau hat leider den Befund erhalten von der Gynäkologie, dass sie keine Kinder bekommen wird. Auf natürlichem Wege ist das nicht möglich und wahrscheinlich... Scheiße, es tut mir so leid für dich. Aber das ist nicht schlimm. Wahrscheinlich bedeutet, dass Sie sich etwas umorientieren müssen in Ihren Lebensplanen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll, aber zwischen uns ändert das doch gar nichts. Als ich wieder zugerufen wurde und die Therapeutin mir dann den Befund mitgeteilt hat, da war ich natürlich erst mal geschockt und wusste nicht ganz, wohin mit meinen Gefühlen. Das ist natürlich eine ganz traurige Sache, dass wir keine leiblichen Kinder kriegen können. Ja, aber irgendwie gemeinsam schaffen wir das. Wir haben alles immer gemeinsam geschafft und das schaffen wir schon. Für manche Paare ist es hilfreich, denen wirklich dann so einen markanten Punkt zu setzen und zu sagen, so, heute beenden wir unseren Kinderwunsch, vielleicht mit einem kleinen Abschiedsritual, mit irgendetwas, was einem dann so einen Wendepunkt markiert und sagt, so, ab heute gucken wir anders in die Zukunft und hören auf zu versuchen, weil das Paar natürlich unter einen unglaublichen Stress setzt. Diese Versuche und diese Sehnsucht danach, da ist es manchmal wichtig, da gemeinsam einfach einen Schritt zu machen, zu sagen, so, jetzt fangen wir wieder neu an. Ich kann mir vorstellen, das ist schon jetzt für Sie beide auch echt eine Herausforderung, mit dem Thema sich auseinandersetzen zu müssen, dass man da sein Leben ein bisschen umplant. Ich biete Ihnen gerne an, dass wir da vielleicht noch gemeinsame weitere Termine machen oder wenn Ihre Stimme wiederkommt. Ich bin mir sicher, dass wenn Sie das jetzt erst mal sacken lassen, das Ganze und so eine tolle Unterstützung durch Ihren Mann haben, dann wird die Stimme auch wiederkommen. Dank ihres Mannes und mithilfe der Psychotherapeutin hat Mareike ihre Sprache wiedergefunden. Außerdem hat das Paar beschlossen, einem Pflegekind ein liebevolles Zuhause zu geben. Zum Beispiel Untertitelung des ZDF, 2020